Hallo wieder zu Drainfever und ich habe mein Problem eventuell da gefunden dem ich ein kleines Ministutz genannt hatte gefehlt ok ähm so ja jetzt funktioniert das hier und sogar in die richtige Richtung gebaut sind sie können oi aah ist das peinig da wollte ich das nicht bauen ist da peinig soo dann setzen wir jetzt mal die Signale richtig ach aber unseren Drainfeverkehr da werde ich jetzt nicht unbedingt ganz so stören obwohl ja soo aber dass das da gestört hat obwohl ich äh zwischendurch äh klein äh 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 stellen zu äh zum Gleiswechsel drin habe das ähm weiß ich jetzt auch nicht was das soll vom Spiel na komm soo fühle mich bisschen getrollt von dem Spiel gerade naja jetzt ist ja die Strecke hier so benutzbar und da habe ich einen sch einen doch nicht falsch gesetzt und da sind die noch richtig gesetzt soo ach da brauche ich ach jetzt platze ich die da drin soo eigentlich können die da fahren und wir haben da ja nur zwei Züge und wir wollten ja ähm wie ich schon netzes äh äh nicht netzes sondern vollnetze mal erwähnte die will ich für jeden Bahnhofanzug haben ja da kann ja wieder die Einladen die da dazu gekommen sind soo soo jetzt ist das ja alles unter Bärchenverwachte oh nö stopp 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 ach doch so richtig naau so ist es richtig ja und hab mein stopp zum Züge kaufen 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 1 2 3 4 5 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 8 8 10 10 10 10 10 10 11 12 11 11 11 11 12 11 12 13 15 12 Ja, zu der Zuweisung RE-1. Hoffentlich hat er jetzt nicht 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups! Na ja, ist das eben der bisschen längere Zug. Habe ich da die maximale Zuglänge gemacht? Die Stellenlänge? Glaub nicht. Ach, bin ich voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, der Bahnhof wird daher auch schon erkannt und bedient. Das ist schön. Da freut mich. Und hier wird der nächste Bahnhof gebaut. 2. Ja, so baue ich den und dann werde ich die eine Straße abreißen. Oh, die steuert die Straße. Na ja, die Gemeinde musste da entschädigt werden. So, und der Bahn blockieren. So. Krottchen. Ich glaube, da haben wir schon ein Problem. Ah, komm. Spiel gespeichert wieder. Oh, das ist das, was da. Ah, das ist das, was das, was ich hab. Oh, du hast dich. Oh, geh another lugarьют. Ah, das ist ja jetzt. Oh, du bist ja halt mich. Oh, das ist ja wie ich das. Ach, Papa, wie baue ich denn die Strecke da? Ach, Gott, ich habe die Strecke da. Oh zuerst, Umfahrung, hmmm, ok, dann hab ich mal ne Umfahrung bauen. Hmmmm, hmmm, hmmm, ah. So, dann hier am Gleis vorbei. Was ist das dann, was ich da bauen will? So, jetzt ist da eine Umbauung. So, jetzt ist da die Strecke. Puck in Pfeiler-Kondition. Ich bin bei der Kondition. Puck in Pfeiler-Kondition. 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 Rückenpfeiler-Kollision, was soll denn das heißen? Nee, nee, nee. Nee, nee. Oder wenn ich das jetzt so mache... Dann ebenso im Tunnel. So... Das ist ein stolzes Preischen. Install surprise. So... 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 Ach ja. Ach so, gleicher Preis. Okay. So, dann warten wir eben. Und beobachten in der Zeit diese Subline. Und das für einen Regionalexpress. Abweicht auch, wenn das richtiger Langstrecken geht. Diesen Einschnittsbahnhof hier. Kann man die Ansicht denn dann? Kann man nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Zug hier gut Gewinn macht. Ja, das ist doch ein schönes Bild gewesen. Und so ist die Bahnstrecke abmal nur 1-Gleisig. Das wird noch teuer für 2-Gleisig. Ich glaube, Sturkenbock bekommt auch 2 Anschlüsse. Der Betrieb Lorflute. Oh, da ist wirklich was los hier. Der Betrieb Lorflute. Der Betrieb Lorflute. Die Oberflute. Dann kommt es gibts, was er stellt. Der Betrieb Lorflute. Yay! Die Beleicht der Rohr. Schmiedsdachenden. Warum ist das denn? Das Öl kommt doch von da und da. Wo kommt das Öl denn her? Keine Ahnung, wo das Öl herkommt. Da geht es da. Schnell bauen, schnell bauen, schnell bauen. 1,1 Millionen ist die zweite Strecke auch noch. Aber überall mit 4-Speed befahrbar. 1,2 Millionen ist die zweite Strecke auch noch. 71 von 112. Und da warten schon wieder eine Menge Leute. 75 schon. 1,2 Millionen ist die zweite Strecke. 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 Signal 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 Und dann den ganzen Weg Tunnel kein Signal Eigentlich Fin so dann weiterlaufen lassen bis wir das geld haben für den obligatorischen zug den wir da jetzt noch einsetzen werden bei erdmahl so Eisenbahn RE1 die ständer einfügen Wiersberg so ich kann da auch die bahn im moment mal ach ja stimmt da wird jetzt die strecke da wechseln da gibt es neue da bin ich gerade gucken und da kommt eine neue meldung ein Abteilwagen so so Abteilwagen gibt es jetzt Züge kaufen Kaufen Abteil-Personwagen bis Abteil bis Wunderkammer gut brauche ich noch nicht 80 hier eine Person ob er nicht drauf braucht 1,2 bleiben wir bei diesem Modell 1,2,3,4 hier 4 bis hier alle sind da den greift natürlich 5 vielleicht muss ich was mit diesen ich empfehle die strecken mit den blütern die sind nicht wirklich effektiv noch zwei Wagen natürlich haben die jetzt alle immer eine lange Strecke oder die 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 und 6. Linie zuweisen, der E1. So und das war's dann auch für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.